Willkommen zurück Freunde bei der Schlacht auf dem Schrottplatz hier bei Watch Dogs. Das gibt's doch gar nicht. Es läuft nicht gut. Ja. Ja gut, dann lass uns mal loslegen. Verdammt, war das. Das muss in die Werkstatt. Okay. Was? Ich muss nur noch lassen. Aaaaaaahhhhhhhh! F**k! Folge mir! Heieieiei. Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die dir nicht abschalten. Klar. Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Okay. Okay. Wir sind doch jetzt die Pfeil. Wir sind unter uns bei uns. Bist du okay? Okay. Auch noch eine Minute. Nur noch eine Minute. Löst die Feuerwehr. Yes. Wir werden dir langsam zu heiß machen. Okay. Funktioniert. Haben Sie glaubt's? Yes. Mit Gas. Ich habe immer gewusst, dass meine Kunst schmecken. Du bist. Wir sehen uns da. Wir verbleiben. Geh da weg, Mann. 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 Nein, das geht doch jetzt nicht. Geh da weg, Mann. Also. Geh da weg, Mann. ich hoffe ich hoffe die Musik macht nicht Probleme macht keine Probleme mit der ich hoffe die Musik macht keine Probleme mit der GEMA ich bin nicht glücklich im Moment nicht plötzlich langsam zu heiss die Das gibt's doch jetzt nicht. Ich hoffe... Alles sauber. Eine verkabelt. Bleib mal rein. Der hat erstmal ein Blackout ausgelöst. Alles okay, Mann? Atsch! Da war ich nicht mehr. Haha. So. Gut, dann laufen wir mal. Hallo? So. 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 Das war knapp. Das wird von der Zeit aber eng. Das wird von der Zeit aber sehr eng. So, jetzt mit Volldampf einfach. Das wird interessant. Mal schauen, ob es klappt. Nein! Es hat nicht ganz gereicht. So, jetzt aber. Ich weiß nicht, wo man rauskommt, wenn man dort durch das Tor fahren würde. Deswegen lasse ich das. Ich weiß nicht, wo ich das noch nicht mochte. Ich weiß nicht, wo ich das noch nicht mehr rauskommt. Ich weiß nicht, wo ich das noch nicht mehr rauskommt. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Okay, ich freue mich, dass wir im nächsten Part sehen wir uns wieder. Ich würde erst mal sagen, bis dann und tschau.